ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt erst bohrt da was Aha, das ist die ganze Art nicht Hä, das fahrt Ach egal Oh! Ja, war doch Eispunkt Also wir haben hier auf jeden Fall jede Menge Zucker bohr, aber wir haben es auch schon eingebaut Nein, jetzt stürze ich ab Wir haben da langsam ran gehört Mir kann es gut sein, dass wir hier Eisbett finden Ja, läuft Ich fahr mit Vollkarako gegen ein Eisbett und das Boot zerbrichten Nein! Du mieser Lacka Ja, das ist aber Wurde gegen zwei gefangen Ich will hier hinten die Map ganz laden Was? Hallo das ist ein 3 Ne, ein 4er Sprung Schaff an So 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 Oh da ist es schon Gerade Ecke ist das schon Nein, das ist das Ja, das ist ... tu du ... Ja, 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 ja. Ja! Oh! Siehst du? Ja! Nein! Harse! Ja, bis er auf! Harse Pfoten! Jetzt ist es mit einer Harse Pfoten! Mit dem kann man ihn verzeuern, oder? Ja! 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 Ich springe und sprinte die ganze Zeit, das ist nicht schlauer! Oh, komm her! Ja! Ja, siehst du immer nach dir der Herzen? Nein! Ich hab... Aber ich hab keine Harse Pfoten bekommen! Ich weiß nicht, wie man Harse Pfoten bekommen! Das stimmt nicht! Ne, bestimmt mit Looting! Stimmt! Ja, 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 ja! Wenn man das bestimmt hat! Ja! 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 Dann wird man nicht angegriffen, wenn man die anschaut! Nein, sie hat es nur an die anschaut! Die greifen einen nicht an! Mit... ...m' Kürbis! Alter, kam herr in der Scheu! Ok, es wird schon dunkel, ich überleg mich irgendwo einzukommen oder schnell ne Hülle zu finden. Ich muss dir erst mal ganz hinterher kommen. Stimmt, ja. Ich bin schnell unterwegs, das sagen viele zu mir. Ich bin schnell weg und weg. Wo bist du? Bist du auch in ner Hülle? Bin auch in ner Hülle. Ich bin nämlich direkt hier. Alter. Ich glaube ich hab ja immer schlecht gegeben. Ja, Eisen. Ja, alles ist gut. Wir sollten nicht uns trennen. Das sieht nicht gut. Nein, das war das nicht. Halt! Ja. 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 wie hat's! Hi! ich bin das ist an wenn wir jetzt einfach weitergehen und sind im Landkreis gewissene kristallisch heißt es schon noch ein ja alter pascal warum kommst du da nicht ernsthaft das war dumm von dir einfach dass du da wegrennst wenn du sagst hinter mir dann kannst du den schlagen weil ich hab dir den vom hals gehalten also komm das war ernsthaft nicht nett das war nicht nett schweine ich hab deine familie der war weg der war so gut oh alter alter macht der noch weg Alter! So was nennt man Teamwork einfach! Ernsthaft? Wolltest du jetzt schon Wölfe machen? Kleiner Motherfucker! Pascal! Das ist. Ernsthaft, das ist. Einen Wolf? Einen Wund? Außerdem muss ich wieder auf die Trophäen machen. Da ist sowas einfach drin. Jetzt wirst du direkt schon grad gucken. Nein! Bitte geh ich nicht! Das ist zum Problem. Stimmt, wir brauchen sowieso ja noch einen Fadenwitz. Bei den Bogen. Oh, leil! Hier ist dein Schwarz. Oh Gott, ja! Ja! Das war ja was in der letzten Season, ne? Ja! Da ist auch eine Spinne! Oh! 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 Ernsthaft, du gehst jetzt einfach irgendwo rein? Ja, komm mal! Alter! Na, wo ist sie? Ne, das ist gut. Oh! Einen Spinne! Hier Erde für dich! Die kannst du jetzt von hinten angreifen! Und ich hab's auf Bands! Wow! Die solltest mal was essen! Sonst regenerierst du nicht! Hast du überhaupt was zu essen? Ähm... Was gekochtes, ja, hast du Schweinefleisch! Äh! Ich hab's auf Bandschatz! Ja, ich hab's auf Bandschatz! Ah, ich hab's auf Bandschatz! Ich hab's auf Bandschatz! Ich hab's auf Bandschatz! Das ist ja jetzt mal, was ich,